Wer von euch erinnert sich noch an Julienkos Neffen Max und seine Nichte Maja aus Bibis Video von 2016? Jahrelang haben wir die beiden nicht mehr gesehen – bis jetzt. Maja startet aktuell nämlich auf TikTok durch und plaudert dort spannende Details aus. Sie verrät zum Beispiel, dass sie gar nicht so viel Kontakt zu ihrem berühmten Onkel hat. Zur Zeit haben wir nicht so viel Kontakt. Ich denke nur an das liegt daran, dass er gerade zwei Kinder großzuziehen hat und außerdem halt wegen YouTube. Dementsprechend konnte ich Leo und Emmi leider noch nicht kennenlernen und war auch noch nicht in deren großem Haus. Also Julien ist mein Onkel, das bedeutet er ist der Halbbruder von meiner Mutter, haben den gleichen Vater, aber eine andere Mutter. Ich denke mal folgt mich auf Insta, weil damals als ich in einem YouTube Video war, war ich noch relativ jung und ich glaube er wollte mich nicht so in die Öffentlichkeit ziehen. Und ob sie wirklich so sind wie in ihren Videos, würde ich schon sagen, ja. Du willst Majas Instagram und TikTok Profil abchecken? Du findest ihre Accounts im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonnier unseren YouTube-Kanal Starzip.de Spaß. Mhm. 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 Andikan. Dosse 200, Uhr Besני die Nachty Tag.